Ich habe ein Problem. Es gibt Bereiche meiner Persönlichkeit, die ich nicht kontrollieren kann. Sag's deinen Seelen, Doktor. Es ist ein bisschen komplizierter. Bruce, glaub mir, ich hab das alles schon mal gehört. Das hier aber nicht. Wir haben noch nie gesehen, dass jemand auch nur annähernd so verstrahlt worden wäre. Wie du so etwas überleben konntest, geht einfach über mein Fassungsvermögen. Ich will es nicht kontrollieren. Ich will es loswerden. Wenn Sie mich fragen, ist der Körper dieses meines Eigentum der US-Army. Sie wollen es als Waffe nutzen. Wenn wir es vernichten, kriegen wir es nie wieder zurück. Was war das? Dagegen kommt nur eins an und das ist in mir. Wenn ich es kontrollieren könnte, kann ich es vielleicht nutzen. Dagegen Launch 3 Dagegenoms ARD Text im Auftrag von Funk